Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Ja, ich habe eine Aktie derzeit im Blick, die auf meiner Watchlist steht, beziehungsweise sogar auch bei meinem Bruder und bei meinem Sohn auf der Liste. Und zwar sehen wir schon mal den Kurs der Aktie. Wir halten fest, die steht derzeit bei etwa 45 Euro. Am 22. und 23. oder 25. Januar stand sie noch über 50 Euro. Und ja, man sieht, diese Aktie möchte einige Leute wohl nicht mehr in ihrem Depot haben. Ja, also ich werde meine Hände aufhalten und warte darauf, bis der Kurs noch etwas weiter abfallen wird und werde dann halt zuschnappen, wie so ein Krokodil halt. Deswegen heiße ich ja auch Finanzkroko. Nein, Spaß. Also ich warte noch ein bisschen mit dem Kurs, 45 Euro. Also ich meine, Zielkurs wären etwa 42 Euro. Dann würde ich da auf jeden Fall nochmal zuschnappen und ich erkläre dir auch gleich, wie ich da halt vorgehen werde oder vorgegangen bin. Ich habe auf meinem Handy, habe ich das schon aufgerufen, meinen Optionshandel habe ich ja auch. Und darüber würde ich halt die Unilever gerne mir einbuchen lassen. Und zwar schaue ich mir gerade hier an das Ganze. Dass du da siehst, ich schaue gerade nach unten hier. Bei Unilever habe ich einen Strike von 42 Euro verkauft, also einen Put verkauft. Und dafür bekomme ich 37 Euro Prämie. Also für die Wartezeit. Das ist jetzt seit ungefähr einem Monat. Läuft das ungefähr bis zum 19. März. Genau, läuft das Ganze. Und wenn der Kurs jetzt hier bis zum 19. März auf 42 Euro fallen sollte, dann werden mir 100 Unilever Aktien in mein Optionskonto eingebucht. Also werde ich angedient quasi. Und ja, das ist auch mein Ziel für diese Wartezeit quasi. Ich könnte ja natürlich auch ein Limit Order setzen und so. Aber ich mache das darüber, denn da bekomme ich eine Prämie. Also von 37, fast 40 Euro. Das macht auf das eingesetzte Kapital, was ich ja zurückhalten muss. Also das ist ein gedeckter Put, deswegen halte ich den zurück. Und sind es 4200 Euro, weil es sind immer 100 Aktien sind, ein Kontrakt. Halte ich zurück den 4200 Euro. Dafür bekomme ich halt für diesen einen Monat etwa 40, also das sind genau ungefähr 37 Euro. Macht etwa 0,9. Also fast 1% Rendite für diesen einen Monat Wartezeit, falls ich den halt, ja, falls der Kurs auf 42 Euro gehen sollte. Ich hoffe oder auch nicht. Also wenn nicht, dann werde ich im nächsten Monat nochmal einen Monat verkaufen, Put auf Unilever und wieder eine Prämie kassieren. So lange, bis ich dann vielleicht für 40, 42, 43 Euro, kommt dann darauf an, mehr die Aktien dann angedient werden. Und in der Zwischenzeit bekomme ich dann halt mein 1% Rendite, also in diesem Fall etwa 40 Euro für die Wartezeit. So ist auch nicht schlecht. So, also, das Unternehmen sehen wir hier, hier sind die Produkte, Unilever, Axel, kennen wir, benutzen wir, denke ich mal die meisten, Darf, hier auch. Dann haben wir auch Duschgel von, ja, haben wir hier noch, also Erexona haben wir hier noch, Darf, Axel, Duschgel haben wir auch. Müssten hier irgendwo sein, wo sehen wir das? Das Duschdass muss hier irgendwo drin sein. So, auf jeden Fall haben wir hier Lagnese, Eis, esst meinen Sohn sehr, sehr gerne. Hier haben wir Duschdass, wie ich eben gesagt habe. Ich denke mal, dieses Unternehmen hat sehr, sehr viele Produkte, die auch, ich denke mal, jeder von uns, mindestens eins von denen nutzt. Auch hier Knoa war hier dabei. Sehen wir hier Knoa-Soßen, Lipton-Eis-D. Ja, also Magnum-Eis mag ich sehr, sehr gerne. Also, Unilever, ein Unternehmen, das man im Badezimmer, in der Küche, überall trifft. Und auch Emerging Markets, also im China sind ja auch sehr, sehr breit schon aufgestellt, machen die Umsätze von über 50%, werden halt Emerging Markets generiert. So, das Unternehmen steht, wie gesagt, auf meiner Watchlist ganz, ganz weit oben. Und für 42 Euro würde ich mir hier welche ins Depot holen. So, dann können wir uns vielleicht mal die Bewertung dazu anschauen. So, hier sind wir bei Aktienfinder. Ist ja mittlerweile Unilever nur noch in Großbritannien, nicht mehr in den Niederlanden. Hier sehen wir die Dividenden derzeit bei etwa fast 2 britischen Pfund. Ja, und das macht, glaube ich, eine Rendite von etwa 3%. Ja, sind fast 3,8%. Also, bei 42 Euro wären es dann wahrscheinlich so 4% die Binnenrendite und damit kann ich sehr, sehr gut leben. Umsätze sind auch in Ordnung. Und hier können wir mal die Bewertung anschauen, wie sich das Ganze jetzt denn ausschaut. Also, der faire Wert liegt bei etwa 45, 46. Ich sehe gerade hier, ja, zwischen 46, sagen wir mal 46 Euro etwa ist der faire Wert. Der Kurs liegt ja, wie eben gesagt haben, bei 45 Euro. Wenn ich das nur noch für 42 Euro kriegen würde, habe ich hier sogar noch einen kleinen Abschlag auf den fairen Wert. Zusätzlich zu der Dividendenrendite bekomme ich ja für die Wartezeit noch eine Prämie. Und, falls ich dann angedient werden sollte, dann gucken wir uns mal die Bewertung an, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Wir gehen einen fairen Wert nach, weil das war auch in den letzten Jahren auch nicht viel anders. Hier hatten wir immer eine kleine Überbewertung zu sehen. Jetzt haben wir eine... Sorry, warte einen Moment. Hier sehen wir eine Überbewertung. Hier haben wir jetzt eine Unterbewertung. So, wir sind jetzt in einer Unterbewertung drin. Und ich habe hier auch schon Unilever einige Male nachgekauft. Und auch für meine Kinder kriegen die immer wieder zu Weihnachten, zu Ostern, zu Geburtstag. Und bekommen sie mal eine Unilever-Aktie. So, einer meiner Lieblingsunternehmen. So, und jetzt schauen wir mal. Ich habe ja hier im März, habe ich auch ein bisschen nachgekauft gehabt, 2020. So, und jetzt sind wir wieder auf einem ähnlichen Niveau. Und deswegen jetzt mein Put draufgeschrieben. So, wir schauen mal, was wäre denn möglich, wenn wir das Ganze konservativ rechnen. So, wo haben wir denn hier die Hilfslinien? Also, Ding, 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 Ding. So, aufs Jahr gesehen wären hiermit nochmal etwa auf dem Kurs, Kursgewinne etwa 8%. Und die persönliche Dividendrendite wäre dann 2024, 2023 sogar schon bei 4,5%. Wenn man das jetzt kaufen würde bei einer Dividendrendite von 3,8. Also, wir würden von 3,8 auf etwa persönliche Dividendrendite auf 4,5 rutschen. Wenn ich sogar für 42 Euro das Ganze kaufen würde, hätte ich wahrscheinlich in 3 Jahren oder so bei einer persönlichen Dividendrendite bei etwa 4,7 vielleicht, so 4,8, denke ich mal. 4,7 ist schon ganz gut. Also, man sieht schon fast 5% der Dividendrendite von Unilever. Und das wäre möglich 2024. Also, für mich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Zudem bekommt man ja auch noch eine Rendite auf dem Kurs. Wenn es sich wieder anpassen sollte an den fairen Wert vom Gewinn, dann wären wir hier auch nochmal bei 8% drauf. Also, ich kann mich da nicht beschweren, wenn ich das Unternehmen bekomme. Wenn ich es bekommen sollte in mein Optionsdepot, dann werde ich sogar noch Codes draufschreiben. Also, ich würde die andere Geschichte dann laufen lassen, dass ich das Unternehmen ja schon im Depot habe. Und wäre dann bereit, zum Beispiel die für 48 oder 50 Euro abzugeben. Natürlich nicht, deswegen würde ich dann etwas höher setzen, damit es mir nicht so schnell ausgebucht werden sollte. Aber da bekomme ich auch eine kleine Prämie noch obendrauf, vielleicht ein Prozentchen. Dann bekomme ich die Dividendrendite von 4%, dann habe ich 5% schon mal. Und wenn ich dann noch den Kurs mitnehmen kann, 8%, dann habe ich im Jahr vielleicht sogar 13, 14, 15%. Vielleicht nicht ganz, aber somit könnte ich ungefähr mit Unilever noch erwirtschaften. Also, ich denke mal, mit Unilever über den Optionen kann ich sicherlich 15-20% machen mit Kurs, Dividende und Optionsprämien. Also, man sieht Unilever sehr, sehr interessant, ist auf jeden Fall ein enormes Potenzial. Und für 42 Euro überlege ich sogar, das auch für meine Kinder nochmal mit ins Boot zu nehmen, nochmal nachzukaufen, einen Nachkauf zu tätigen. Deswegen auch auf der Watchlist von meinen Kindern, da könnte ich mir sogar vorstellen, das Ganze vielleicht bei 44 oder 43 Euro zu tun. Vielleicht einfach einen kurzen Spatplan drauflaufen lassen, muss ich mir nochmal überlegen. Aber ich halte das Unternehmen in der Zeit für sehr, sehr fair bewertet. Wie gesagt, eine kleine Unterbewertung ist vielleicht vorhanden, aber nicht der Rede wert. Und deswegen, das Unternehmen ist nicht oft unterbewertet, wie man sieht. Und da es ja in Merging Markets immer stärker dabei ist. Ja, finde ich das Unternehmen sehr, sehr interessant. Und deswegen, wie gesagt, auf meiner Watchlist und auf meinen Kindern das Watchlist. So, also der Preis wäre für mich zwischen 42 und 43 sehr, sehr interessant. Und wird vermutlich dann auch in meinem Depot landen. Also diese Aktie, ganz, ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Unionlaber, einer meiner Lieblingsunternehmen. Sollte man vielleicht nicht haben, Lieblingsunternehmen. Aber ist einfach so, Unionlaber habe ich schon ewig im Depot. Und die, die mich schon verfolgen, wissen, dass ich auf Unionlaber quasi stehe. Ein Top, Top-Unternehmen, wie ich finde. Sehr, sehr konservativ aufgestellt. Kann man nicht viel verkehrt machen. Liegt in Großbritannien mittlerweile. Vorher natürlich habe ich in Niederlande das Unternehmen gehabt. Aber jetzt in Großbritannien auch nicht schlecht. Und auf die Dividende muss man keine Steuern zahlen. Das ist doch auch richtig, richtig feine Sache. Also, was sagst du zu Unionlaber? Produkte nutzt du garantiert. Also mindestens ein dieser Produkte wirst du garantiert nutzen. Schaut dir einfach mal um. Also Unionlaber in Emerging Markets. Sehr stark dabei. Über 50% des Umsatzes wird in Emerging Markets gemacht. Also China zum Beispiel. Und zur Zeit günstig das Unternehmen für, jetzt steht es bei 45 Euro. Wie gesagt, ich werde es noch ein bisschen abwarten. Vielleicht bekomme ich es ja für 42 oder 43 Euro. Ja, und dann noch, was soll ich sagen, das Unternehmen, tippitoppi. Also, was sagst du dazu? Hast du das Unternehmen im Depot? Nutze die Produkte. Hast du es auf der Watchlist? Einfach mal in die Kommentare rein. Und dann können wir darüber schnackern. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.